Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von o1 aktuell. Wenn jetzt am Donnerstag in Essen die weltgrößte Spielemesse eröffnet wird, ist auch ein Spiel aus Oldenburg dabei. From Idiot to President spielt im US-amerikanischen Vorwahlkampf und zeigt, dass Fiktion und Realität oft dichter aneinander liegen, als man auf den ersten Blick glaubt. Zu dem Spiel am Ende der Sendung mehr und das haben wir sonst noch für Sie. 10. Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft. IHK Industrieforum, Wirtschaftsminister Althusmann im Austausch. Migrantas, Ausstellung in Oldenburg. Das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, kurz 10, hat kürzlich seine Arbeit aufgenommen. Sitz des neuen Landeszentrums ist die Zentrale der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hier in Oldenburg. Zu den zentralen Aufgaben des Zentrums gehört es, Ernährungswissen und hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen zu vermitteln, sowie die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln zu steigern. Das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, kurz 10, hat am 1. Oktober seine Arbeit aufgenommen. Mit der Einrichtung sollen staatliche und nicht staatliche Aktivitäten rund um eine gesunde und ressourcenschone Ernährung gebündelt und koordiniert werden. Natürlich soll hier auch das Image der Hauswirtschaft verbessert werden. Leiterin Rieke Bullwinkel über das 10 allgemein. Ja, heute ist die Eröffnung des 10, das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen. Ja, es geht vorrangig natürlich um die Themen Ernährung und Hauswirtschaft, die wieder mehr publik zu machen, die in die breite Fläche in Niedersachsen zu bringen. Eine Ernährungsstrategie ist ein Teil unserer Aufgabe. Eine Imagekampagne für die Hauswirtschaft, sowohl für den Beruf als auch für Alltagskompetenzen im hauswirtschaftlichen Bereich. Sehr spannend, eine sehr spannende Aufgabe. Wir freuen uns sehr. Das 10 wird zunächst für fünf Jahre installiert. Zu seinen zentralen Aufgaben gehört, Ernährungswissen und hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen zu vermitteln, sowie die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln zu lernen. Bullwinkel will die Ernährungsstrategie für Niedersachsen im Verbund mit vielen Partnern erarbeiten. Ziel ist erstmal, alle Akteure, die schon aktiv sind. In Niedersachsen gibt es schon unglaublich viele Aktionen, die unter einen Hut zu bringen, die zu vernetzen, dass wir quasi ein großes Zentrum, eine Anlaufstelle für all diese Aktionen und Akteure sind. Und wenn jemand einen Bedarf hat, wendet er sich an uns und wir vernetzen oder aber erfüllen diesen Bedarf dann direkt. Das wäre so das Ziel bzw. die Idee dahinter. Für Ernährungsministerin Barbara Ottekinas spielen aber auch aktuelle Themen wie das Klima, die Umwelt oder Nachhaltigkeit eine große Rolle. Die Hauswirtschaft beschäftigt sich ja genau mit diesen Themen. Also im Haushalt, im Wirtschaften in einem Haus beschäftigt man sich ja mit ressourcenschonendem Kochen, wie setze ich Strom ein, wie vermeide ich Müll, wie kann ich die Lebensmittel so verwenden, dass ich eben keine Lebensmittel verschwende. Also wir reden hier von einer Lebensmittelverschwendung von 55 Kilo pro Jahr, pro Kopf in Deutschland. Das ist einfach zu viel und das müssen wir ändern mit dem Wissen rund um Ernährung. Das Zehn und das dazugehörige Team wird in der Zentrale der Landwirtschaftskammer aufzufinden und künftig die zentrale Anlaufstelle für jegliche Themen rund um Ernährung und Hauswirtschaft sein. Anlässlich der bundesweiten Woche der Industrie diskutierte Ende September Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann in der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer mit Unternehmern und Wissenschaftlern aus dem Oldenburger Land. Thema des Abends Innovation, aber wie? Im Rahmen der Woche der Industrie war der niedersächsische Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann bei der Oldenburgischen IHK zu Gast. Ziel der Aktionswoche ist es, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, damit alle die Möglichkeit haben, sich aktiv an der Diskussion über die Industriestrategie 2030 zu beteiligen. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann sieht vor allem drei wesentliche Herausforderungen für Politik und Wirtschaft. Das Thema Mobilität, wie gestalten wir in Zukunft den ÖPNV, wie erreichen wir den ländlichen Raum, aber ebenso wie gestalten wir ÖPNV in den Ballungszentren unseres Landes. Wir werden uns darüber hinaus dem Thema Digitalisierung viel stärker stellen müssen. Neben der Infrastruktur, Autobahn, Schiene, Straße, Wasser brauchen wir natürlich digitale Autobahnen. Da hinken wir in Deutschland, auch in Niedersachsen etwas hinterher gegenüber europäischen Wettbewerbern. Und von daher müssen wir den digitalen Ausbau in Niedersachsen besonders voranbringen. Und natürlich die Frage des Fachkräftemangels. Was können wir tun gezielt für den Mittelstand, für Handwerk, für Industrieunternehmen, um die Fachkräftesicherung zu gewährleisten? Dazu bedarf es eines geregelten Zuzugs von Fachkräften aus dem Ausland, aber ebenso das Heben von Potenzialen im Inland. Für Gerd Stucke, Präsident der Oldenburgischen IHK, ist der Erhalt und die Stärkung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen ein wichtiges Thema. Der Nordwesten hat hier eine besondere Struktur, eine sehr starke mittelständische Struktur, auch im industriellen Bereich. Das ist für uns natürlich die Kernsäule unseres wirtschaftlichen Erfolges. Und da stehen wir vor sehr großen Herausforderungen, vor großen Transformationen, die branchenübergreifend ist. Und das ist jetzt unsere Vorstellung, dass die Politik uns die Rahmenbedingungen gibt, dass wir diesen Transformationsprozent auch wirtschaftlich, sowohl ökonomisch als auch ökologisch auch gestalten können. Niedersachsen ist in den Augen des niedersächsischen Wirtschaftsministers prädestiniert, um Wasserstoffmobilität zu nutzen. Wir haben jetzt etwa ein Jahr daran gearbeitet, auch die Bundesregierung mit auf unseren Weg zu nehmen. Wir sind quasi das Land, was für Innovationen der Zukunft steht. Wir können alle Wandel der Zukunft und Herausforderungen der Zukunft, die vor uns stehen, bewältigen. Denn wir sind Windenergieland Nummer eins. Wir können grünen Wasserstoff produzieren. Und ich glaube, dass Wasserstoff der Rohstoff der Zukunft sein wird. Das wird eine Schlüsseltechnologie auch im Zusammenhang des Klimawandels sein und hängt sehr eng mit allen Fragen der Mobilität, ob im Schiffbau, im Bereich des ÖPNV, der Busproduktion in den nächsten Jahren bis hin zur Automobilproduktion. Neben der Elektromobilität ist Wasserstoff meines Erachtens eine der entscheidenden Technologien. Und dazu bietet Niedersachsen zufälligerweise alle Voraussetzungen wie kein anderes Bundesland im Übrigen. Gerd Stucke, Präsident der Oldenburgischen IHK, hält die Unternehmen in der Region für gut aufgestellt. Die politischen Rahmenbedingungen hinken in seinen Augen der eigentlichen Entwicklung aber hinterher. Die Unternehmen sind weiter als die Politik. Das ist das, was ich immer wieder feststelle, sowohl bei mittelständischen, familiengeführten Unternehmen, aber auch bei den Konzernen, die hier in der Region wichtig sind, dass sie genau wissen, wo was gemacht werden müsste. Aber bei der Politik dauert das zu lange. Das ist unser großes Problem. Wirtschaft ist staatbereit, vorbereitet, aber sie kann nicht ohne gesetzliche Rahmenbedingungen umsetzen. Das ist eine ganz grundsätzliche Problematik, mit der wir uns befinden. Deshalb sind diese Gespräche mit der Landesregierung sehr, sehr wichtig. Wir sehen auch die Landesregierung als einen sehr guten und wichtigen Verbündeten für uns. Aber da spielen dann viele Rechtsgebiete und politische Ebenen eine Rolle. Landesebene, Bundesebene, europäische Ebene. Das alles zu harmonisieren ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Nach unserer Auffassung dauert das alles zu lange. Migration hat viele verschiedene Gesichter. Doch häufig bleiben Migrantinnen und Migranten mit ihren Lebensrealitäten, Gedanken und Erfahrungen unsichtbar. Deshalb kam auf Einladung des Amtes für Zuwanderung und Integration und des Gleichstellungsbüros, das Künstlerinnen-Kollektiv Migrantas nach Oldenburg. Sie boten mehrere Workshops an, in denen sich Migrantinnen und Migranten aus verschiedenen Herkunftsländern über ihre Erfahrung austauschen konnten. Das Berliner Künstlerinnen-Kollektiv Migrantas hatte Ende August sechs Workshops für Migrantinnen und Migranten angeboten, in denen rund 100 Teilnehmende aus verschiedenen Herkunftsländern mit unterschiedlichen Aufenthaltsstatus sowie kulturellem oder sozialem Hintergrund ihre persönlichen Erfahrungen und Wünsche in Zeichnungen und Bildern zum Ausdruck gebracht haben. Sozialdezendentin Dagmar Sachse erzählt, wie die Ausstellung zustande gekommen ist. Wir wollen ja heute eine Ausstellung eröffnen von Kunstwerken, die Migrantinnen und Migranten gemacht haben, in denen sie in Bildern darstellen, wie sie ihr Ankommen in Deutschland erlebt haben, wie sie es in Bilder umgesetzt haben und am Ende sehr verdichtet haben zu einer sehr einfachen Bildsprache, nämlich Piktogrammen, glaube ich, die für uns alle sehr verständlich sind und nachvollziehbar sind. Und das ist wirklich ein super Kunstprojekt, um auch mit Migrantinnen und Migranten stärker ins Gespräch zu kommen. Neben Fotos aus den Workshops werden die dort entstandenen Zeichnungen und die Piktogramme präsentiert. Die Ausstellung kriegt zur Auseinandersetzung mit den Themen Angekommen, Zusammenleben und Identität an und lädt zu einem Perspektivwechsel ein. Es sind insgesamt über 260 Zeichnungen entstanden, die dann zu diesen 21 Piktogrammen geführt haben, die sie hier in der Ausstellung sehen können. Und ich finde, die in ihrer leichten Verständlichkeit, das ist ja auch so etwas wie leichte Sprache, unheimlich berührend, also wo sie uns mitteilen, wo kommen sie eigentlich her, was haben sie überwunden, was haben sie erleben müssen, aber auch bis hin dazu, dass es auch, dass wir Dinge in der Ausstellung sehen, was eint uns auch. Zum Beispiel, dass wir alle glauben, dass unsere Zukunft in der Hand von Kindern liegt, dass wir dafür viel tun müssen, dass wir in einer bunten Gesellschaft leben wollen, dass wir Ausbildungswünsche haben, wo man merkt, uns verbindet auch viel und wir brauchen aber auch viel Verständnis, glaube ich, noch für die gegenseitige Situation. Unser Bildungssystem ist anders, wir wollen gerne, dass Eltern sich da mehr beteiligen, das ist erstmal fremd, aber darüber ins Gespräch zu kommen und dann aber tatsächlich gleichzeitig auch zu sehen, es gibt auch Dinge, die uns verbindet und darauf dann auch aufzubauen. Natürlich gab es auch die Gelegenheit, mit den Künstlerinnen und den Teilnehmenden aus den Workshops ins Gespräch zu kommen. Eine Teilnehmerin beschreibt ihre Eindrücke und Erfahrungen. Ich war Sprachmittlerin, ich war zum Übersetzen da an dem Donnerstagvormittag und für mich war das auch interessant, weil meine Eltern auch Kurden sind aus der Türkei und ich da auch was von der Herkunft meiner Eltern aufmalen konnte und es war sehr interessant. Ich finde, es gibt viele Leute, die vielleicht nicht wissen, was so ein Mensch mitmacht, der als Geflüchtet nach Deutschland gekommen ist und ich habe selber nicht so viel gewusst darüber und was ich an dem Donnerstag gehört habe, da war ich total überrascht, was viele so miterleben mussten. Das Projekt endet nun mit einer Ausstellung, die vom 26. September bis zum 26. Oktober im Bürgerbüro Mitte gezeigt wird. From Idiot to President heißt ein Brettspiel, das im amerikanischen Vorwahlkampf spielt. Es geht darum, so viele Bundesstaaten und damit die sogenannten Wahlmänner auf seine Seite zu bringen wie möglich. Ein bisschen Lobbyarbeit hier, ein bisschen Mauscheln da hilft. Fast wie im richtigen Leben. Erfunden wurde das Spiel hier in Oldenburg. Wenn man heutzutage was werden will in der Politik, und das gilt scheinbar wohl insbesondere für die USA, braucht man Geld. Geld, Lobbys und Unterstützung. Scheinbar kann jeder, der aktuelle Präsident macht es vor, das höchste Amt im Staat bekleiden. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden, ist also ganz einfach. Wie einfach zeigt ein Brettspiel, das noch im Oktober auf den Markt kommen soll. Erfunden wurde es in Oldenburg. Letztes Jahr sind wir auf die Spielemesse Essen gefahren. Und da hatten wir dann zufällig, ja, ein Präsidentschaftskandidat hat wieder so einige Dinge gemacht, wo wir uns darüber unterhalten haben. Und auf einmal kam der Titel so ein bisschen von sich selbst, wo man gesagt hat, jetzt ist so ein Idiot auch Präsident geworden. Und auf einmal haben wir uns angeguckt und gesagt, oh, From Idiot to President, das wäre doch mal ein schönes Spiel. Wo man einfach das ein bisschen plakativ und mit ein bisschen Humor und Witz, dass man wirklich da sagt, okay, eigentlich ist es egal, was man macht. Hauptsache, man kommt gut in die Medien, in die Schlagzeilen. Und dann kann man auch Präsident werden. Das Spiel spielt im amerikanischen Vorwahlkampf. Es geht darum, so viele Bundesstaaten und damit die sogenannten Wahlmänner auf seine Seite zu bringen wie möglich. Ein bisschen Lobbyarbeit hier, ein bisschen Mauscheln da hilft. Und auch, wenn man sich nicht haarklein an das komplizierte Wahlsystem in den USA angenähert hat, nichts ist so abstrus, als dass man von der Wirklichkeit nicht wieder eingeholt wird. Wir haben zum Beispiel eine Karte drin, Kandidat erwägt Kauf der Südhalbkugel. Und dass uns die Realität mit dem Kaufangebot an Grönland so schnell einholt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das war sehr absurd gemeint, aber das Polittheater ist da also wirklich ganz nah am Spiel. Aber wie entwickelt man überhaupt ein Spiel? Die Idee zu haben, schön und gut. Doch damit ist das Spiel noch lange nicht fertig entwickelt und marktreif. Das Geheimnis hinter der Spielentwicklung ist also das Spielen. Mit vielen verschiedenen Menschen und den unterschiedlichsten Konstellationen. Wenn man so Hardcore-Brettspieler hat, die haben einfach Spielmechanik im Blick und die haben wahnsinnig viele komplexe Sachen im Auge. Und so als Laie kommt man halt dazu und denkt sich aber, das ist ja eigentlich voll witzig hier das und so. Und das heißt, das war glaube ich irgendwie auch eine Qualität der Gruppe, die sich im Spiel auch niederschlägt dann am Ende. Also was mich bei den ersten Spielen schon ziemlich gegriffen hatte, war die Idee, so diese Spielmechanik mit diesem politischen Thema einfach zu verknüpfen. Und gerade, was wir auch schon vorher angesprochen hatten, also die Frage nach Lobbyismus und nach Geld und was macht welcher Kandidat wie und warum und mit welcher Partei klüngelt er da rum, das fand ich, hat sich eigentlich von vornherein sehr schön in diese Spielmechanik gefühlt. Übrig geblieben ist nun eine Karte der USA und erteilt in die Bundesstaaten, die als Spielbrett dient, viele Würfel, eine Spielfigur und sechs mögliche Kandidaten. Ausgehend haben wir versucht, die Wahlbevölkerung in sechs Wahlgruppen aufzuteilen, wo sich jeder irgendwo wiederfindet. Und zwar sind das die Demonstranten, die Flugreisenden, die Übergewichtigen, die Unterversicherten, die Steuerhinterzieher und die Nüchternen. Und ausgehend von diesen Wählergruppen haben wir dann passend Kandidaten dazu gesucht, die jetzt zu dieser Wählergruppe korrespondieren. Das heißt, wenn ich spiele, dann kriege ich einen Kandidaten und habe eine Stammwählergruppe. Und das sind dann zum Beispiel die Steuerhinterzieher. Und die folgen mir bedingungslos. Auf der Spielemesse in Essen Ende Oktober wird From Idiot to President offiziell vorgestellt. Die weltgrößte Spielemesse ist der Gradmesser für Neuerscheinungen. Und dann, wenn Donald Trump tatsächlich wieder gewählt wird, dann gibt es vielleicht bald auch eine Spieleerweiterung. Die Erweiterung oder ein schönes Kartenspiel, ein Stichkartenspiel vielleicht mit Make the Idiot Great Again oder verschiedene Varianten. Da werden wir natürlich dann schön im Brainstorm versinken und natürlich das gerne dann ausschlachten. Das ist natürlich zum einen haben wir dann ein weinendes Auge, wenn das dann wieder so passiert. Auf der anderen Seite haben wir das lachende Auge, dass wir sagen, komm, dann bleiben wir an dem Thema dran, weil es natürlich auch medienwirksam ist. Und mit dem Spiele-Tipp und dem Blick auf das Wetter verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Überwiegend bedeckt war es heute. Nach 17 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 11 Grad zurück. Der Dienstag bringt ebenfalls viele Wolken. 13 Grad sind es am Tag, 11 in der Nacht. Am Mittwoch gibt es einen Wechsel von Sonne und Wolken bei 15 Grad am Tag und 12 in der Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.